Apo, ich bin Megan, die Horrorpuppe, und ich töte dich jetzt! Ah, nein, ich muss mir schnell einen Schlüssel holen! Ich folge dir, ich gebe mir noch eine Sekunde Zeit, und dann bist du dran! Ich bin Megan, die Horrorpuppe, ich renne jetzt hinterher! Ich kriege dich! Nein! Ich kriege dich! Lauf nicht weg! Megan, die Horrorpuppe, sie verfolgt mich, sie will mich umbringen! Ich brauche eine Waffe, sobald ich ein Kruzifix habe, töte ich dich! Nein, Megan, lass mich in Ruhe! Hey, Freunde, ich muss von Megan, die Horrorpuppe, abhauen! Aua, ich bin hingefallen! Aua, ich komme! Ich komme, aber wo bist du hin, Bapo? Wo bist du, Bapo? Wo bist du? Ich kriege dich, ich kriege dich! Da bist du, ich bin hinter dir! Nein! Ich bin Megan, die Horrorpuppe! Hey, Freunde, ich muss von Megan, die Horrorpuppe, abhauen! Ich muss einfach schnell wegrennen! Ich glaube, ich muss ganz schnell zum Fahrstuhl gehen, weil Megan, die Horrorpuppe, mich verfolgt! Ich hole jetzt meinen Freund Wasch, der kommt! Ich warte hier um! Du bist eingesperrt! Du kannst nichts mehr machen! Nein, ey! Megan hat mich hier eingesperrt, aber was Megan nicht weiß! Ich habe die in den Schultern umgelegt! Nein! Ich sehe nichts mehr! Da warst du doch! Da warst du! Megan, nein, sie kommt hinterher! Schnell, schnell, Freunde, wir müssen schnell weg! Oh nein, es ist dunkel! Du hast mich reingelegt! Du hast mich reingelegt! Ja, 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 ich habe dich reingelegt! Oh, zum Glück! Du hast mich reingelegt! Ey, ich weiß nicht, wie viel Tür! Oh, ich habe einen Skeeter! Nein, 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 nein! Ich sehe sie nicht mehr! Ich sehe sie nicht mehr, Freunde! Du hast mich reingelegt! Da hinten bist du doch! Ich sehe dich! Du siehst mich gar nicht, Megan! Oh, nein! Oh, ich habe meinen Freund Wasch angerufen! Der kommt jetzt! Nein, Nein, Wasch kommt nicht! Oh, ich muss das schaffen, ich muss das schaffen, ich muss das schaffen! Wasch kommt! Ich bin in dem Schrank! Ab in den Schrank! Oh, Wasch war da! Schnell, Freund! Das war mein Freund! Ah, ha, ha, ha! So, ich bin hier und Eis ist auch da! Ey, bist du bei mir, oder was? Ich bin bei Eis! Ah, ha, ha, ha! Bitte seid ihr... Nein, die falsche Tür! Ah, jetzt habe ich dich! Nein, Megan! Du kannst nicht an mir vorbei! Ah, Megan ist hier! Nein! Ich habe außerdem gegen Eis geguckt! Oh, Mann, ey! Mann, Mann! Ah, ich auch! Oh, Mann! Du bist an mir vorbeigelaufen, weil ich gegen Eis geguckt habe! Mann, ey! Ey, Megan, lass mich doch in Ruhe! Ich lasse dich nicht in Ruhe! Ich werde dich schon noch kriegen! Ah, ha, ha! Das ist jetzt ein großer Raum! Ja! Das ist ein großer Raum! Und ich habe einen Lockpick und ich hau vor die ab, Megan! Nein, nein, nein! Das hast du nicht echt gemacht, oder was? Das hast du nicht gemacht! Ich komme! Auch habe ich! Megan, du musst gerade auch durchgehen! Ich rufe Ambush an! Ja, ha, ha, ha! Ich komme! Nein, 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 Freunde! Ich habe hier keine Zeit, deswegen muss ich jetzt hier einfach so looten! Ah, Timothy! Alter! Ich habe Ambush angerufen! Du hast Ambush angerufen, Megan? Lass mich doch in Ruhe! Ich greife doch niemanden an! Wir beschützen ihn überhaupt! Ach, Ambush kommt sofort! Er muss doch kurz auf Toilette! Und dann kommt er! Wo ist Megan? Ich warte da unten! Ah, ha, ha! Da ist Megan! Stell weg! Nein! Da bist du! Ich kriege dich! Du kriegst mich niemals, Megan! Doch, ich kriege dich! Ich bin Megan! Ey, bist du eine neue Entität hier im Robux Stores, oder was? Ja, und das ist kein April-Scherz! Ah, ha, ha! Nein! Oh, weißt du was? Wash kommt wieder! Wash kommt! Nein, Wash kommt! Schnell, 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 Freunde! Schnell, Freunde! Dabei habe ich doch eigentlich Ambush angerufen! Egal! Du hast Ambush angerufen? Wash geht auch! Nicht dein Ernst, oder? Oh, Mann, ey, Mann! So, ich warte hier auf... Ich warte hier auf Babu, und so weiter kommt, erledige ich den! Du weißt gar nicht, wo ich bin, Megan! Nein, Megan ist hier! Da ist doch schon die Tür! Wo ist denn Babu jetzt? Ah, ich bin an mir vorbeihelaufen! Du bist an mir vorbeihelaufen, ey! Jetzt habe ich dich! Jetzt habe ich dich! Nein, du kriegst mich niemals! Oh, Mann! Sweet! Megan! Weißt du, was das bedeutet? Ich habe ein Feuerzeug, ich zünde dich an! Nicht, wenn ich dich zuerst anzünde, Megan! Ich krieg dich! Ich krieg dich! Du kriegst mich niemals! Die Hashtag-Babu-Bande, die hält zusammen, egal was passiert! Egal, ob mich Megan verfolgt oder nicht! Ja, Megan! Ich habe dich verboten! Nein! Freude, ich bin eingespeckt! Nein! Nein! Jetzt kommen die auf! Dann war es das! Nein! Ey, Megan, ich zünde dich zuerst an, okay? Mach das! Es ist schnell zu Tür 30! Genau, das ist die richtige Tür! Let's go! Ah, Mann! Ich dachte, Wasch kommt! Ich dachte, Wasch kommt, ey! Du hast mich hochgenommen! Ja, Megan! Jetzt kommt gleich erstmals... Sie kommt jetzt erstmals, Megan! Ja, egal! Oh, jetzt kommt Wasch! Jetzt kommt Wasch! Nein! Nein! Wasch kommt nicht! Wasch kommt! Schnell in den Schrank! Und jetzt zünde ich dich an! Ich habe das Feuerzeug hier, siehst du mich? Nein! Ich zünde dich an! Freunde, wie können wir Megan besiegen? Wie können wir Megan besiegen? Ich habe das Feuerzeug, ich habe das Feuerzeug! Oh nein, oh nein, oh nein, Freunde! Oh nein! Ich bin Megan! Und jetzt habe ich noch Sieg, da rennt er auch noch hinterher! Ja, Sieg rennt hinter dir her! Pass mal lieber auf, dass der Ding nicht hilft, Megan! Sieg rennt hinter dir her! Oh nein! Ich bin Megan! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, schnell weiter, weiter, weiter! Ich bin Megan, ich habe das Feuerzeug in der Hand und ich zünde dich an! Let's go! Nein! Freunde, wir müssen weiter, 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 weiter! Ich zünde... Wo bist du hin? Wo bist du hin? Ich laufe weg vor dir, Megan! Lass mich in Ruhe! Megan! Aber wo war ich? Du musst links lang laufen! Nein! Rechts, Mann! Ich weiß doch selber, wo es lang geht! Megan will mich reinlegen, Mann! Du musst links lang laufen! Nein, geradeaus! Oh, Megan hat dir alles in Brand gesetzt, ey! Megan hat dir alles in Brand gesetzt! Ich bin neulich, ich habe das Feuerzeug in der Hand! Let's go! Weiter, 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 weiter! Weiter, weiter, nein! Ich habe dich! Danke, Sieg! Jetzt übernehme ich wieder! Nein, wo geht's lang? Wo geht's lang, Freund? Nein, ich zünde dich an! Bleib stehen! Du kannst nicht hinkommen! Du kannst nicht hinkommen! Du kannst nicht hinkommen! Alter! Oh, nein, oh, nein, oh, nein! Das ist so ein Raum, da kann Megan mich kriegen! Da kann Megan mich kriegen! Jetzt habe ich dich! Jetzt habe ich dich! Du hast mich niemals! Wo ist Megan? Nein, da vorne ist sie! Schnell den Schlüssel aktivieren! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann! Jetzt musst du in Ordnung 48 rein! Du musst links lang! Megan, du musst links lang! Mein Feuerzeug ist nicht leer! Ich muss dich kriegen! Nein, mein Feuerzeug ist leer, Mann! Jetzt muss ich mein Messer rausholen! Was? Du hast noch ein Messer dabei, Megan? Ich hatte ein Messer dabei! Oh, yeah, Bapo! Jetzt kriege ich dich! Jetzt kriege ich dich! Oh, du schubst gerade die Schubstelle! Ey, lauf da bloß nicht einfach so rein! Lauf da bloß nicht einfach so! Lauf da jetzt rein, okay? Nein! Machst du nicht! Nein! Let's go! Jetzt kommt Figger! Ey, hast du dich mit Figger zusammengetan, oder was, Megan? Ja, ich lauf hier so durch! Nein! Ich komme mal zu dir hergelaufen, Bapo! Da bist du ja! Schnell weg! Figger ist hier! Figger ist da! Nein! Nein! Alter, okay! Ich komme! Nein! Nein! Megan hat mich gekillt, Freunde! Nein! Ich bin Megan! Nein! Aber ich belebe mich wieder! Nein! Ich bin Megan! Nein! Das lasse ich mir nicht gefallen! Doch! So, Freunde! Megan ist zwar noch da, aber ich belebe mich wieder, ey! Ich habe keinen Bock, ey! Ich habe keinen Bock! Schnell, 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 schnell! Wir müssen alle Bücher finden! Wo ist die Bücher? Da ist ein Buch! Megan, du greifst mich nicht nochmal an! Hast du das verstanden? Okay, 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 okay! Ich habe auch ein bisschen Angst vor Figger! Äh, da ist der Hund! Da ist der! Ich weiß nicht, wie vor er ist! Ah! Megan! Figger ist doch kein Team! Megan wurde von Figger gekillt, ey! Das heißt, ihr wollt doch kein Team, was? Figger ist ein Blödmann, ey! Figger hat dich einfach gekillt! Mann, ey! Ich lasse dich jetzt alles machen und dann starte ich jetzt wieder rein, ey! Oh, Mann, ey! Ich warte jetzt 30 Sekunden, bis ich mich wieder reinkaufe! Oh, Megan! Ob das mal nicht ein Fehler ist? Ob das mal nicht ein Fehler ist? Ja, möchtest... Oh, ja, ey! Das kostet wieder 30 Moubikes, aber ich will dich umbringen! Tja, das wirst du nicht hängen! Ah, Timothy! Timothy! Hast du den beauftragt, mich anzugreifen, oder was? Figger läuft jetzt auf die linke Seite! Er ist gleich noch drin! Ja, aber ich laufe jetzt hier nach oben und dann kann mich Figger mal! Da kann er mich mal! Ja, also, hier ist immer noch ein Buch! Wie viele Bücher muss man haben, weißt du selber nicht, ne? Acht Bücher muss man haben, ich höre hier auch eins! Oh, dann sammle das bloß nicht ein! Doch, ich mach das! Haha, da kannst du mich gar nicht aufhalten! Ja, ja, damit dich reingelegt! Ich hab das eingesammelt! Hehe, hehehe, drei! So, wie viele Bücher habe ich jetzt? Drei? Wir haben, glaube ich, jetzt acht Bücher! Hehe, ich komme! Hahaha, ja, wir haben alle Bücher, die ich brauche, um das Schloss zu aktivieren! Dann such mir mal den Code raus! Haha, ich komme! Bevor du den Code eingegeben hast! Nein, du kommst nicht! Ach, du kannst gar nichts machen! Gar nichts! Ich bin sofort da! Ich bin sofort da! Schnell den Code eingeben, Freunde! Schnell den Code eingeben! Fünf! Megan, bist du schon bei mir, oder was? Ich lauf hoch! Bist du schon da? Hahaha! Ich hab den Code eingegeben! Oh, Megan, du bist hier! Ich bin hier! Ey! Nein, 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 Freunde! Ich muss schnell abhauen! Was? So viel habe ich genug Geld? Habe ich genug Geld hier? 500 kostet das! Ich unterhalte mich mit Bob! Hahaha! Uah, uah, uah! Ich hab nicht genug... Elgoblido und Bob! So! Ich hab nicht genug Geld für irgendwas im Shop, Freunde! Ich muss schnell weiter! Los, Bob, wir killen ihn, okay? Wir killen ihn, wir killen ihn, Apo! Nein, 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 ihr killt mich gar nicht! Ihr killt mich gar nicht! 54, Freunde, 54, Freunde! Hahaha! Oh, es fängt an zu flackern, Freunde! Oh, es flackert, aber da passiert gar nichts! Da passiert doch was! Nein, Wasch kommt! Schnell in den Schrank rein! Schnell in den Schrank! Apo, ey! Ich will dich doch rumbringen! Was machst du da? Wo bist du überhaupt? Ich bin voll weit weg! Ich seh dich! Ich seh dich! Du siehst mich gar nicht! Ich seh einen Schatten! Ja, 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 ich bin jetzt schon bei Tür 58! Da bist du! Ah! Megan, die verfolgt mich immer noch! Die ist doch krank, Freunde! Die ist doch geisteskrank! Tür 59! Nein! Gleich hab ich dich! Nein! Du wirst mich niemals kriegen, Megan! Ich krieg dich! Du wirst mich niemals kriegen! Nein! Ich krieg dich, Megan! Hier ist auch ein Secret! Ab nach unten! Ab nach unten! Ich muss schnell den Schalter finden, Freunde! Wo ist der Schalter? Ich jetzt hier unten im Keller erledige ich dich! Ich hab den Schalter gefunden, Megan! Ich hab den aktiviert! Und jetzt war ich mein Licht an und jetzt geh ich schnell nach oben! Äh, da bist du ja! Da bist du ja! Äh, Barput! Ich krieg dich noch! Nein! Megan ist hier! Äh, du bist du! Ich hau ab vor dir! Ich laufe hier! Ich laufe hier hinterher! Ja, dann lauf mal weiter! Hier ist die Tür, Freund! Schnell weg, ey, Freunde! Und weiter geht's! Ey, die Monster haben sich gegen mich verbündet! Ja, ist auch richtig so! Ist auch richtig so! Du bist ein Böseweg! Du bist sogar böser als die anderen Monster hier! Ich bin netter! Das werden wir jetzt ja sehen! Jetzt kommt nämlich Wasch oder so! Äh, haha, ich bin im Schrank! Ich bin im Schrank! Oh! Äh, haha, Barput! Ich komme, um dich zu holen! Nein! Ich mag's! Du weißt ja nicht mal, wo ich bin, Mann! Doch! Und da ist eine Tür! Oh, das ist die falsche Tür! Mist! Ich bin bei Ruhm 75, aber hier ist ein Schloss vor! Mann, oh mit! Oh nein! Nein! Megan ist hier! Oh, sie hat mich nicht gesehen! Wo ist hier der Schlüssel? Ich muss Barput finden! Ich muss hier den Schlüssel finden! Ich muss ja nicht vor dir abhauen, weil du bist böse! Du bist ein ganz böses Mädchen, Megan! Weißt du das eigentlich? Ich will doch nur Leute beschützen an! Du bist der Feind! Warum bin ich denn der Feind, Megan? Ah, warum ist Banane krumm? Das kann dir keiner erzählen! Aber ist einfach so! Ey, Megan! Soll ich dir mal was verraten, Megan? Was denn? Ich hab den Schlüssel gefunden! Und ich hab die Tür aufgemacht! Ich geh weiter! Da bist du ja! Ich komme! Ah, Squeech! Du kommst niemals! Ich hatte einen Squeech, ey! Du bist schon wieder weiter weg, ey! Warum krieg ich die ganze Zeit einen Squeech? Wir sind mit dem Krankenhaus! Kommt Rush? Nein, es kommt kein Rush! Es kommt ein... Seek Chase kommt jetzt! Oh, nein! Aber du wirst mich nicht kriegen, Megan! Ich werd alles daran setzen, dass du mich nicht kriegen kannst, ja? Ich krieg dich! Ich krieg dich! Du frisst mich niemals! Ich muss hier nur ein Feuerzeug sammeln! Und jetzt hab ich wieder einen Squeech! Wir waren doch Feuerfreunde! Hast du mit mir etwa ein Feuerzeug geklaut? Ich hab fast kein Licht mehr, Megan! Weißt du das eigentlich? Ich hab auch kein Licht mehr! Ich bin jetzt alleine gegen dich! Oh, Mann! Mann, 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 Mann! Aber Seek ist auch gegen dich hier! Es ist jeder gegen jeden! Es ist hier, Mann! Mann! Links lang! Nein! Rechts lang! Schon wieder rechts, Megan! Was erzählst du da? Rechts lang! Nein! Links war richtig, Mann! Geradeaus! Hinten rum! Rechts lang! Megan, ey! Megan, ich glaube, du bist ziemlich böse! Weißt du das eigentlich? Ich glaube, du willst gar keinen beschützen! Du bist böse! Ich glaube, im Grunde genommen bist du ziemlich böse, Megan! Du bist böse! Aber auch! Äh, Paul, mein Elberboy! Ich bin schon voll durcheinander! Ah, Squeech! Ey, Megan! Oh, Mann, oh, Megan! Megan, lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe, Megan! Sie ist da hinten, sie hat sich, glaube ich, verlaufen! Ich habe einfach einen Squeech hier, oh, Mann! Mann, 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 ey! Mann, Umi! Ich glaube, sie hat sich verlaufen! Ah, let's go, Megan! Megan wird mich nicht kriegen! Ich mache jetzt die Tür hier auf! Ich komme! Nein, du bist niemals, niemals wird sie mich kriegen, okay? Sie hat mich noch keinmal gekillt! Nur Finger hat mich gekillt! Mein Freund, Wasch kommt! Ja, ja, als ob ich das nicht selber weiß! Aha, jetzt kommt er nicht! Ab in den Schrank! Letzte Sekunde, Freunde! Ich bin da! Letzte Sekunde, Freunde! Ich bin da! Wer noch? Jetzt kriege ich dir jemanden, Bapu! Nein! Mein Licht ist aus! Du bist nur Bapu! Ich weiß nicht, es ist dunkel hier! Wo bist du, Bapu? Ich sehe dich nicht mehr! Es ist komplett dunkel, Freunde! Bapu, wie weit bist du noch vorne gerannt, Bapu? Ja, ich weiß es nicht! Es ist dunkel hier, Megan! Äh, ein Wasch kommt! Ich hab... Nee, ich hab Schaden gekriegt von... Ein Wasch kommt! Es kommt kein Wasch! Du bist da hinten! Bin ich falsch gelaufen? Hier! Ah! Ich bin tot! Megan, du hast mich angegriffen! Ah! Du bist tot! Das war eine Falle von dir! Nein, Freunde! Megan hat mich gekillt! Bapu ist tot! Ich komm zu ihm! Warum bist du gestorben? Du hast doch... Du hast doch Screech auf mich gehetzt! Ha, 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 ha! Nein, Freunde! Wenn dir das Video gefallen hat, dann schau dir jetzt unbedingt das Video auf der rechten Seite an! Ciao! Ich töte euch! Nein! Ich töte euch! Nein!